In dieser Challenge werden wir versuchen Minecraft durchzuspielen mit den aber vorgegebenen Items, die ihr oben im Bildschirmrand seht. Dabei ist es uns nicht erlaubt zu sterben, da wir sonst die ganze Challenge nochmal von vorne starten müssen. Ich hoffe euch gefällt dieses Format, wenn ja könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo, wäre super lieb. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Projekt. Okay, ein TNT-Minecart ist jetzt glaube ich nicht gerade das schwerste an sich zu bekommen. Wir brauchen halt erstmal Eisen und ein bisschen TNT, das wir eigentlich am besten über Pyramiden bekommen. Ich hoffe es merkt man, aber ich habe ein neues Mikrofon, wenn ja könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr euch fragt, was ist mit den Items los, ich habe einfach mal Physik angemacht von den Items. Oder, ja keine Ahnung, so die Physik, die, ja keine Ahnung, die Badline Physik. Gut, wir haben unseren Stuff ausgerüstet und wir gehen, würde ich sagen, auf die Suche nach einem Dorf, um dieses möglichst schnell hier durchzubekommen. Ich hoffe euch gefallen auch in letzter Zeit die Thumbnaits, wie ich es jetzt schon in den ganzen Videos gemacht habe. So, ich habe ein Dorf gefunden, Mais. Dankeschön. Wir haben das zweite Dorf, meine Damen und Herren. Und ich präsentiere Ihnen das zweite Dorf. Hallo. Genau da, wo er stirbt, mache ich keine Drehung, also das ist ja abhärmlich. So. Und die traurige Suche geht weiter. Nach einem Lavasee. Okay, und wir bauen kurz unser Portal. Da haben wir Kies. Und wir brauchen ganz weiter, wo denn? Ich muss lesen. Dann bauen wir einmal uns ein Feuerzeug. Und wir können in den Nether nach 36 Minuten mal ein Stuff mit. Und wir gehen in den Nether. Dankeschön. Oh Gott, wenn ich jetzt hier runterfalle, ne? Das ist auch das Billion, was ich überhaupt nicht mag im Nether. Das ist nicht auch erst seit der 1.16 drin. Banker. Und wir haben unsere Boots. Sie sehen doch schön aus, echt. Ganz ehrlich, ich mach. Hey, Digga, warum geht ihr nicht ins Boot? Guck mal, ich hab 1,875 da schauen bekommen. Ah, letztendlich. Hat da gerade jemand um die Ecke geguckt? Hab ich das gesehen? Ah, ich dachte, ich krieg's an. Du warst es. Schwung. Musik. 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 Boah, ich dachte ganz kurz, ich lauf ins Feuer. Und welch ein Lauffeuer. Man braucht nur Fragen. Aber ich dachte ganz kurz. Ich hatte ganz kurz die Befürchtung, dass ich jetzt richtig... Bitte. Okay, wir haben einen. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten. Wer weiß. Nice, wir haben den zweiten. Und wir haben zwei. Okay, wir gehen zum Pottel zurück, bauen das Pottel ab. Und gönnen uns. Und das ist die Begründung. Und das ist die Begründung.